Im Märzen der Bauer die Rüstlein einspannt, er pflanzt und überschneidet die Bäume im Land. Er hackert und eckert und flügt uns hin und regt seine Hände gar früh und noch spät. Im Märzchen den Sparer nimmt er zur Hand und ebnet die Ecke und Wiesen im Land. Auch tropft er die Bäume mit eterem Reis und spart weder Arbeit noch Mühe noch Fleiß.